So hello und willkommen zu einer Folge Minecraft, äh was spielen wir heute Flo? Minecraft suchen oder ne Minecraft? Wir kennen uns nicht aus in 1.14. Genau und diese Map, ja, es gibt 10 Geheimnisse in 1 von 14, Dinge die niemand weiß. Ja es gibt praktisch, äh also die Map geht praktisch darum, ähm man, dass es niemand weiß. Ja genau, dass es niemand weiß. Äh warte mal, starten wir mal. Also genau, hey you, like, subscribe. Ich bin ein YouTuber, press hier. Oh like und subscribe und hinter bell. Und die Glocke schlagen einfach. Einfach schlagen, gell? Ja, ja weiss ich was, einfach ähm ja liken und die Glocke aktivieren für mehr Videos. Okay, Potato, ähm guck der Potato, das heißt wir müssen die äh Level 1, wir müssen die ähm Kartoffeln kochen. Was müssen wir überhaupt machen? Guck der Potato, dann put in in der Hopper. Ach so, warte mal, warte, 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 wir können abbauen, jaja, warte. Kannst du das Gras auch abbauen, ja oder? Ja eigentlich schon, oder? Warte mal, ich craft mal Dings und craften. Ah, hier ist Endeside. Warte mal, Endeside. Ah, ich merke schon, wo es schwer ist. Ach so, warte mal, warte mal. Stimmt, warte mal, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß, aber wie craften wir das? Warte mal, ähm, Dings, wir brauchen jetzt mal Kohle. Dings, 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 wir brauchen Lagerfeuer. Da kann man das nicht verschmissen. Wie machen wir das? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie mit Kohle und mit Sticks, glaube ich. Ich bin nicht sicher, warte. Warte ich? Kann man nicht irgendwie mit dem Crafting-Rezept irgendwie nachschauen, weil ich brauche mal Kohle. Dann gehen wir mal ein Holz noch. Da kann man ein Holz noch. Dann kann ich Dings mal craften, ne? Eine Spitzhacke. Wenn ich Kohle habe, sollte eigentlich das Rezept schon da sein. Loll, ich hab Schaden. Loll, der Baum ist instig wachsen, ich hab Schaden. Oh, lol. Hast du wahrscheinlich eingestellt, so. Ja, ich glaube schon. Warte mal, ich hab's Kohle. Kann ich jetzt irgendwas mit Kohle machen? Ne, oder? Warte, wie macht man das? Ich glaube, ich... Lagerfeuerlich, ich glaube mit Kohle. 3 Sticks und 1 Kohle wahrscheinlich, oder? 3 Sticks und 1 Kohle wahrscheinlich, oder? 3 Sticks und 1 Kohle. Warte, du mal Bäume ab. So, ähm. Gib mir mal Kohle. Kohle? Ja, warte. Oh, lol. Okay, der Baum wächst instig, okay. Ähm. Kämpfeuer, hast du's? Sticks und Kohle in der Mitte. 1 Kohle? Ja, da liegt eine Kohle. Warte, kaffst du? Oder? Also warte mal, 1 Kohle in der Mitte. Warte, warte, warte. Ja, Kohle in der Mitte. 2 Holz, 1... 3 Holz unten und Sticks rundherum. Kohle in der Mitte. 3 Holz. 3 Dreieck Sticks. Achso, warte mal. So, so, so. Jetzt rückst du einfach aufs Buch, dann siehst du... Kämpfeuer. Nee, bei mir ist noch... Achso, jetzt ist Kämpfeuer. Alla, okay. Birkenholz. Achso, so ein Holz brauchen wir, oder? Nicht... Oh, äh. Ne, wir brauchen... Wir brauchen Dressel. Also, ne, das ist, wenn du, äh, kannst praktisch kriechen, gell? Das geht auch bei den Traptors, glaub ich. So, ähm. Okay, ich hab's, soll's eigentlich haben. So. So, bam, bam, bam. Oh, nein. Ich stehe am Flo. Nein, ich stehe wirklich. Jetzt. Okay, warte, warte, warte. So, ich hab's, ich hab das Kämpfeuer. Ich hab's Kämpfeuer, warte? Jetzt. Ciao, ciao, komm mal her. Ich brauche nix mehr. Ja, komm mal her, warte. Rechtsklick. Doch, es geht. Schau mal. Da schon. Ich hab's draufklickt. Es geht halt wirklich. Loll. Au. Warte. Jetzt soll's eigentlich gleich braten. Nein. Hör auf. Geh weg. Warte, warte. Nein. Hä? Geht das? Oh nein. Schau mal. Ist man in Vanilla? Ja, es sollte eigentlich, ja, es ist alles Vanilla hier. 1.14. Dann kann man hier runter nehmen. Es sollte eigentlich gleich braten sein. Oh, Leute, es ist schon braten. Big Potato, warte. Hier rein. Haben wir's? Oh, LOL. Extinguished der Kämpfeuer. Wir müssen das Kämpfeuer auslöschen. Loll, das ist ein arktischer Fuchs. You're not allowed to destroy campfire. That's cheat. Also nicht, nicht... Nicht destroyen. Looks like a shark of foxes. Also, wir haben Füchse. Äh, camps a group of foxes called shark. You don't think you can hurt you, but careful. Anyways, like sweet berries. Also, die brauchen sweet berries. Kann man ja entziehen, glaubst du? Da ist Wasser. Ich hab auch sweet berries. Du musst rechtsklicken, nicht... Loll, die wachsen instant. Du kannst hier rechtsklicken. Loll, schau mal. Was machst du da? Au. Ich hab hier Auto-Jump noch an, oder? Ich glaub schon, ja. Was machst du denn? Oh, oh, mein Facecam. Oh, oh, mein Facecam. Oh, oh, warte Sekunde. Hallo? Facecam. Ah, da ist sie wieder, okay. Äh, sorry. Facecam hier. Oh. Kannst du dich tippen? Kannst du dich tippen? Kannst du dich tippen? Das ist tippen. Also, es passt hier wieder. Okay. Äh, ja, keine Ahnung. Warte mal. Du kannst hier drunter snicken, gell? Oh, Leute. Hier ist das Shuffle. Warte mal. Shuffle. Hau, blaze. Hau, blaze. Warte, kann man später abhauen? Oh nein, Flo. Ich glaub, es ist Tick-Speed oben. Oh nein. Das Gras wächst instant. Schau mal. Ich glaub schon, ja, ja. Tick-Speed. Nein, schau mal wirklich, schau mal. Lol. Ich glaub, man kann die Füchse... Warte, ich hab Auto-Jump an. Warte. Die Füchse kann... Ne, die Füchse kann man irgendwie... Oh, oh. Die Füchse kann man irgendwie zähmen. Warte mal. So, so, shit. Bleib mal, bleib mal. Warte. Hier kann man den zähmen. Da kann man nicht so zähmen. Oh, ich hab... Habe ich den zähmen? Bin... Geht es kaputt? Warte mal den Block drunter? Was ist das hier? Random Side Note. Didier Note hat... Putting hay bail under... Camp Fire makes the smoke travel higher triad. Also, das stimmt, gell? Ja, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Schau jetzt auf die... Auf das... Was machst du? Lol. Ist da unten was? Ne. Schau mal, schau mal, schau mal auf die Smoke. Schau. Es gibt viel... Viel höher jetzt. Okay, warte mal. Als erstes, was müssen wir machen? Ähm, wir müssen machen... Äh, forget what to do. Ähm. Wir müssen das Campfire auslöschen. Wir machen... Oh. Äh. Auslöschen. Glaubst du irgendwie mit Dings? Die Füchse. Die Füchse. Ich glaub schon, oder? Es geht nicht, oder? Dann schauen wir, ob irgendwo Eisen ist. Eisen? Ne, ist nur Kohle. Aber jetzt Cobblestone. Wir könnten uns... Ne, das ist ja nichts. Cobblestone. Aber ich hab das Schafel. Was? Schafel? Ey, wieso spielen wir auf deine Puzzle? Ich weiß es nicht. Eine Schafel... Was kann man nicht das Schafel machen? Mit Holz noch? Äh... Hint. Hint. Äh... Da ist ein... Any Iron zum Make-up. Also da ist kein Eisen für ein... Einmal zum Kraften. How else can we transport water? Ja, wie... Wie kann man sonst noch... Fluch! Glaub ich weiß es, oder? Oh, ich weiß auch wie. Wir können uns mit diesen... Nein, warte... Du kannst doch... Ja, ey, meine ich ja. Mit solchen komischen Blöcken. Hast du mit den Slaps, oder? Was meinst du? Ja, oder? Oh, du hast die Spitzöcke. Waterlocked. Waterlocked? Ich schau mal im... Im Dings-Menü, da. Irgendwas gibt's? Nee. Im Blaze-Powder. Was bringt's uns? Place-Powder. Was bringt's nicht die Füchse, oder? Wir müssen was Neues ins Punkt 14 nehmen. Also ich glaube... Gibt's hier noch irgendwas? Du musst... Du musst das glaube ich waterloggen. Waterloggen? Ja, warum geht's das nicht? Ja, warum... Du musst du... Ich glaub du musst du rechtsklicken mit einem Eimer drauf geben. Gibt's denn noch irgendein Dings... Wie man... Oh man, gibt's da irgendein anderem Bucket? Nee. Das ist nur das. Ist irgendwo irgendwas... You can enter this tent without breaking any blocks. Try sneaking... Okay, das war schon. Vielleicht... Glaubst du die Füchse können das irgendwie? War es die Schaufel? Nee. Was... Was wir machen? Man, was da ja? Reset. Hint. Gibt es noch einen Hint, oder dasselbe? Nee. To make a bucket. How else can we transport... Wie kann man noch Wasser transportieren? Ich google jetzt. Minecraft... Äh... Wasser... Transport... Ohne Eimer. So. Ähm... Was bekommen wir hier? Wasser. Äh... In Minecraft zwei Erscheinungsformen. Stehen das... Was? Stehen das Wasser? Eine Sekunde. Fließen. Wasser. Schwimmen. Oh, ich hab eine Idee. Aber... Hä? Aber das Problem ist, wir müssen Wasser eins weiter drauf nehmen. Ich glaub ich... Ähm... Warte mal. Unnötig Wasser können Schwamm vorkommen. Ich weiß es nicht. Warte mal, ich... Schau mal. Schwamm? 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 So vielleicht? Aber... Warum eine Schaufel? Irgendwas brauchen wir eine Schaufel. Warte mal. Wir brauchen mehr. So. Nee, da kommt nichts mehr mehr. Irgendwas für die Füchse, oder? Was kriegt das, wenn man... Wenn ein Fuchs angreift eigentlich? Wenn ein Fuchs killt? Nein. Okay. Man kriegt absolut gar nichts. Wir droppen die. Gar nichts, glaub ich. Aber... Äh... Wie kann man noch Wasser... Oder droppen die... Droppen die Arctic Füchse? Hä? Wird das nicht von alleine irgendwo an? Geht's nicht von alleine aus? Steh... Oder warte mal. Warte mal. Warte mal. Weißt du was? Nein, warte, warte, warte. Müsst du mir richtig spülen. Es geht doch safe irgendwie anders aus, oder? Slash water. Doch, wir könnten es echt machen mit einem Wasserbottle. Oder... Glaubst du einfach mit einem normalen Glasbottle? Wir haben drei Sand. Warte mal. Sand, wie farst du? Ich hab zwei. Ich hab zwei. Gib mal rein. Warte mal jetzt. Cobblestone. Mach mal Cobblestone hier. Blaseroads. Stimmt. Aber wir machen das. Ach so. Blazeroads und Gunpowder. Stimmt. Warte mal. Kannst du hier mal... Nicht Gunpowder. Ich hab noch Gunpowder für... Dings, glaub ich, oder? Warte, ich hab die Cobblestone. Ich hab die Cobblestone. Geh mal Dings her. Ach, Cobblestone ist auf den Ofen. Ich mach's selber in den Ofen. Kohle. Oh. Ich konnte mich nicht fritten. So. Ähm. Ups. Oh. Hä? Hör auf! So. Äh. Sollte ich durchbrennen. Au! Nein. Geh weg. Hä? Man nimmt nur manchmal Damage. Man nimmt nur kein Damage. Ich glaub das ist verpackt. Oh. Ich hab schon richtig viel Dings. Was ist ein Brauchstand? Äh. Brauchstand. Warte mal. Ich brauch drei... Was braucht man für Brauchstand? Oh. Geht's mit normalen Waterpottos auch nie, oder? Warte mal. Ja. Du brauchst einfach einen Dings. Gib mir ein Blazerod. Äh. Da ist ein Blazerod. So. Easy. Der ist ein Blazerod. Hast du's? Du musst doch mal Blazerod reinmachen. Dann mach ich hier. Place Powder. Äh. Also Place Powder. Warte. So. Oh. Oh. Falsch. So. Warte Crafting Table. Au! Ich hasse dich. So. Bababam. Ich hab jetzt Bottles. So. Äh. Ich hab... Leute. Wusstet ihr das? Leute seid ehrlich in den Kommentaren. Wusstet ihr das mal mit einem Water Splash Dings das ausmachen kann? Mit Gum Powder, oder? Gum Powder? Ich denk schon Gum Powder, oder? Ich geb's immer mal rein. Schreibt mal alle bitte in die Kommentare, wie viele von diesen Dingen hier aus der Map ihr wusstet und wie viel nicht. Jetzt mal ehrlich. Und nicht irgendwie. Wir wissen alles. Nullo bist du. So. Ähm. Es ist gleich fertig eigentlich. Weil ich wusste bis jetzt. Äh. Äh. Null. Also ich wusste das mit dem äh. Jagerfeuer. Das wusste ich. Aber sonst. Wieso haben wir das nicht in der Rollen gemacht? Wir haben Splash Potions. Äh. Splash Potions. Oh Leute. Es geht wirklich laut. Und jetzt. Oha. Jetzt sind wir gewonnen. Oh Leute. Hätten sie einfach gleich drücken können. Level 3. Craft Elite. Wie? Wie? Ich weiß nicht. Leads. Summon Ocelot. Ne. Ist man Cat? Oh Leute. Hier ist ne Katze gell? Ocelots können nicht mehr gezähmt werden. Das ist ne normale Katze. Oh warte kurz. Slash gif. Gummer ist nur 30. Äh. Minecraft. Cooks. Beef. 3. Also warte oder ich kann 3 machen. War der. So. Ja. Oder so. Ähm. Also was brauchen wir hier? Was haben wir da? Der Sound ist richtig richtig schick. Ähm. Set dich. Satisfying meinst. Oder? Beruhigend an. Wenn du das abbaust. Leute. Es wächst. Es wächst. Übelst du. Was müssen wir machen? Ähm. Mit deiner Katze müssen wir was machen. Craft Elite. Dann put it in der Opa. Also wir brauchen wahrscheinlich einen Fisch. Oh ist ich denn da? Ein Fisch? Da kannst du spawnen. Da musst du einfach killen. Okay. Und damit müssen wir jetzt mal die Katze ziehen. Ich glaub das ist. Das müssen wir machen. Warte? Hä? 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 Ja. Okay. Ich hab eine Katze. Und jetzt? Eine Leine. Für die Katze wahrscheinlich. Wie macht man das? Wie machen wir das? Glaubst du mit Bambus? Mit Bambus? Wollte ich schon sagen. Mit Bambus? Das nicht. Bambus. Was braucht das denn? Bambus sind ja glaub ich wie Sticks. Oder? Oder ist die Mordback so? Läufig jetzt schnell gewachsen einfach. Ich hoffe. Warte mal. Melone. Bau mal alles ab was du findest. Das soll irgendwie. Weil dann kriegst du's. Dann kriegst du's. Warte mal. Ich weiß nicht. Lied. Weil ich. Ich heute auch. Lied. Minecraft. So. Lied. 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 So. Ne. ки을. Lied. protesters บann. S. Buttons before you. No. SeaPickle. O man. mike. Seescuppe. Ск cerca. Kостige. Lied. ackiert. Werbarn. Kann das gar nicht zu cremmen. Werenug. Panda! Ich älter, der Baby Panda Spawning Button. Ne, da ist ein Panda Dings. Hier sind zwei. Und was das ist? Oh lol! Baby Panda? Wann lässt sich schon mal? Ne, du wirst schon mal! Das ist ein kleiner Schott, der hat äh… Ich weiß! Ich weiß, stimmt! Der da! Der da! Muss okay, glaube ich, oder? Au! Der greift an, gell? Nein, du musst warten! Hä, aber Shrink kriegst du doch nicht von dem, oder? Nee. Au! Ja, aber… Ne, man kriegt Pambus. Ja, aber warte! Du musst warten! Nein, lass ihn! Lass ihn! Du musst warten, bis der niest! Au! Nein! Geht's wirklich? Ja, wenn die niesen, drop die Schleimperle! Doch, doch, doch! Ziemlich sicher! Sicher? Schleimperle? Ja, schau mal! Die haben alle rotzige Nasen! Das wegen diesem einen Video, wo ein Baby Panda in einem Zorn niest, so ein Insider! Ach so! Du musst warten! Und dann kommt ein Slamball! Wie ist die Katze? Aber ich krieg mal ein Lead! Lead? Wo kriegt man ein String? Oh! Von der Katze, glaubst du? Und was ist das hier? Wenn ich den Knopf drücke, ich glaub das sind einfach wieder alle weg! Ich glaub nicht! Aber ich krieg's! Also Fisch ist wie Katze! Na, wo ist denn der Lead? Warte mal kurz! Ich zieh mir noch eine zweite Katze! Und dann kill ich die! Vielleicht droppt die so an den Faden! Warte mal! Oder soll ich mal die killen? Warte! Vielleicht krieg's ich! Warte! Ich glaub sie kommt zu mir! Oder? Ja, müssen wir die killen! Ich denk schon oder? Nein! Worum ist jetzt? Nein! Ich kill sie jetzt einfach so! Oder die gezähmten Katze kannst du vielleicht killen! Nur die gezähmten, die haben ja so ein Dings! Warte mal! Weißt du was? Drops! Cats drop 0 bis 2 String! Warte! Nein! Viel zu schlagen! Warte! Oh nein! Wir müssen es so lange machen! Was? Was Flo? Wenn das jetzt funktioniert, dann bin ich Profi! Okay, es funktioniert! Wir müssen genau das Item reinlegen! Hä? Aber ne! Wir müssen die einfach killen! Ich geh schon! Mann, das ist jetzt so schnell! Oh nein! Au! Oh wie schnell die sind! Was ist das? Sir? Oh! Die Drop-Begant-String! Das ist ein Scam! Die niesen aber auch nicht! Irgendwie! Doch! Du musst warten! Das dauert richtig lang! Aber was? Leute! Das wusste ich auch nicht! Dass man Schleimball und Strings von Gast bringt! Weißt du was? Ich hab Dings bekommen! Hast du? Ja! Aber wir brauchen noch den Schleimball! Wir brauchen drei Strings! Vier Strings! Ja, ich hab vier Strings bekommen! Ja, eh vier Strings! Ich hab der Map-Infekt eingestellt! Das ist so leul! Aber dann müssen wir! Der Partner droppt nix! Au! Oh nein! Der droppt das auch nicht! Du musst warten, bis der genießt! Ah! Der genießt! Wirklich? Oh leul! Ja, ich hab's hier gesehen, oder? Ich hab grüne Partikel! Aber nur manchmal droppt er ein Schleimball, glaub ich! Oh! Oh! Oh du hast das gesehen? Den... den Vorbild Salto gemacht! Oh! Der hat schon wieder, ja? Was ist die richtigen Saltos? Oh! Oh! Harte mal! Ich mach's jetzt überall! Oh! Ich kann auch mehr machen in deinen Dingsland, oder? Was meinst du? Ich pflanze doch alle mit den Bombus! er hat zwar gemacht hier das war irgendwie dass sie mir wir brauchen kraft und kraft sie mal ich kann kraft hier platzieren wie es auch welt auch ein stand bis weg ja das weggenommen wird reingesprungen bist da da kraft jetzt die leite rein da nice nice this is no unlike trees and creepers kakti don't like hax okay die amanten just so you know unlike trees and creepers einem stickrekt er hat man kriegt mir doch nur vom oder hier ist ein baum gell wir brauchen derz oh lol creeper man habe der ist was müssen wir machen schockiert ich weiß nicht da ist damit oh ich weiß was wir brauchen tnt und damit können wir damit speichern wir haben keine einzige bezeichnung ich mach mal hin das isn't enough iron to make a pickaxe achso ja okay ich war mal dings ich war mal sand hier herbert ist es nicht nur vierte neu ich weiß nicht ich denke schon oder ich nehme oder hast du einen gum powder ich brauche noch ein paar weitere so oh nein kannst du irgendwie nee sind irgendwo stein nee irgendwo holt weil ich hab sticks aber ich kann machen das kraften table das ist ein dead bush und dead auto push okay ich hab kein powder hast kein powder wie viel genug ich hab kein powder eins brauche ich noch noch eins da ach du kriegst sticks von dings ja von dings ich weiß nicht ob die mehr damage machen die sticks aber so warum droppen die manchmal nix ich weiß nicht hä haben wir überhaupt ein crafting table ja das ist ein crafting table ja 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 hast du einen gum powder alles wie zünden wir den t an oh no äh wie zünden wir den t an äh wir könnten holz machen gell wie hier der hat's und ein tree schau mal aber dann kommen wir ne essen ist dann nicht der stimmt sie können einfach ein button ach so lorkel ist ja ich hoffe ich hoffe dass wir jetzt haa boten oh weg da hast du nice diamonds er geht schon auch rein so dann weiter hey das war richtig einfach find a way to die wir müssen sterben Leute find a way to die einfach hier einfach hier oder im wasser geht das dude the most creative way you can think of poisoning from eating pufferfish is more creative than fall damage but both can kind of uncreative think outside the box und das wollen was ultra einfach aber das kreativ müssen wir sein eigentlich also kreativ müssen wir sein haben wir gewonnen ich habe richtig viel gelehrte zeige ich leute wie viel wusstet ihr von den sachen ich schau mal die mappe an hier game mode creative yo mei das ist ja den kreativsten weg um zu sterben wir sind kuchen barrels die sind poisonous potatoes drinnen zum beispiel ich glaube das war ja da kannst du richtig viele möglichkeiten machen lol einfach chocolates soll das war nicht mit dem ding schau wartet das wollte ich noch sagen weil ich mach mal sound aus ich mach mal sound aus ja so kannst du da das nicken zuerst auch komplett durchgehen so kann zb ein block things durchgehen schau oder du kannst es machen warte mal schau du kannst jetzt so einen kleinen dings machen schau dann schau du kannst machen oder wie geht das schon so machst was schon mal geht auch links nicht immer nach links kann es auch so ein blöcke durch krabbeln schau ja weil ich habe ich ja schon mal ganz aus den lüftung schachten zu bauen so was ist sonst so ist ja ja so ein ding ist man richtige so wo man so eine maus map oder so körper ja ja auch like an abo und hit the bell also die glocke richtig draufschlagen jomei ja lasst like und abo da und ja dann sehen wir uns vielleicht nicht vielleicht gibt es vielleicht sehen wir uns doch mal vielleicht machen wir so eine map irgendwann noch mal oder so und die alles ja das like und ciao